Hallo und herzlich willkommen Freunde und wir schauen uns jetzt gemeinsam mal den letzten Starter Build an. Es fehlt noch der Zauberer und hier ist er gespielt mit dem Feuervogel Set für Season 13. Und ich sage mal wie es ist, wir haben noch eine ganz ganz feine Skillung gefunden, welche zum Start her super viel Zähigkeit bietet, welche man sich nur einer Taste bedienen muss und auch spielerisch ist die Skillung sehr einfach. Also wäre vielleicht sogar eine Überlegung das Ganze für Hardcore zu nehmen, für die Mutigen unter euch, die eine etwas spannendere Season haben möchten. Die Paragonpunkte, die verschwinden natürlich wieder komplett, da wir da ja hier eine Starter Skillung spielen. Also wir haben die Skillung ein bisschen getestet, auch live im Stream. Das Ganze funktioniert sehr sehr einfach. Ihr läuft einfach in das Elite-Bag rein, aktiviert eure Arcan-Flut. Ihr Arcan-Flut löst die Explosionen aus und damit stirbt einfach alles, was in Reichweite ist. Besonders wenn es eine Elite-Bag ist, denn die Elite-Bags aktivieren natürlich den Set-Bonus. Also ihr seht schon, wir müssen uns gar nicht bewegen. Wir bleiben hier einfach stehen, schießen rum, durch die Offhand, also durch diese Siegelzeichen, wird ein Arcan-Verbraucher ausgelöst. Und dadurch, dass wir hier die Explosion drin haben, ist natürlich die Explosion der Arcan-Verbraucher. Das bedeutet also, wir brauchen keine Abklingzeit, wir brauchen keine Arcan-Kraft, kein Mana. Also das bleibt alles auf das Maximum und wir können hier einfach frei rumschießen. Alternativ, wenn wir hier mal auf die Items sehen, haben wir hier noch die Kugel drin, die gibt uns nochmal zusätzlich Ziegigkeit und Schaden. Dann hier, wie schon gesagt, das Siegelzeichen. Die zwei Sachen ergänzen sich super. Wenn ihr schon genug Schaden habt und ein paar Paragumpunkte zum Speedfarmen, könnt ihr hier auch ein Ingium verwenden. Also dann droppt zwar eure Zähigkeit, aber die Geschwindigkeit erhöht sich natürlich deutlich, weil wir dauerhaft hin und her bohrten können. Mantel des Kanalisierens noch hier für unsere Schultern. Ihr seht schon, die Werte steigen. Denn alternativ könnte man auch Aquil Karas nehmen für mehr Zähigkeit und dann hier den Ring für ein bisschen mehr Zähigkeit. Also der Set-Bonus, ihr kennt es ja, was macht der? Sobald ein Gegner entzündet wird, kriegen wir so einen Stack und dann kriegen wir mehr Damage und mehr Zähigkeit. Für uns ist es wichtig, wir laufen einfach von Elite-Berg zu Elite-Berg, denn sobald wir das Elite-Berg hitten, haben wir instant den vollen Buff. Also wir fahren 20 Stacks und können da gleich zuschlagen. Von den Ringen her, wir spielen jetzt aktuell noch mit Einheit, aber wir haben so viel Zähigkeit, dass es irrelevant ist. Ihr könntet auch Zusammenkunft der Elemente nehmen oder eben vielleicht einen Prunkring und dafür die Magierfäuste, je nachdem was da ist. Die Waffe ist noch ganz wichtig, der Zauberstab, weil hier weitere Explosionen getriggert werden und zusätzlich natürlich, weil der Explosionsschaden erhöht wird. Wir haben uns hier als kleine Info die Waffe hergestellt. Wir haben 10 Zauberstäbe aufgewertet und da war dann die Waffe auch schon dabei. Von den Talenten, da fliegen wir mal schnell drüber. Wir nutzen eine Kahnflut mit Flammenschutz. Das ist das, wo wir einfach nur draufhalten. Vertrauter mit Funkenflug. Die Teleportation mit sicherer Teleportation. Die Explosion mit der Kettenreaktion. Dann natürlich die Sturmrüstung wegen dem Ring, den wir in Kanalswürfel haben. Und die magische Waffe mit den Zünden. Also alle Fähigkeiten, die irgendwie Feuerschaden machen, damit das Ganze ein bisschen gepusht wird. Der Illusionist ist dabei, Standhafter Wille ist dabei und Verwegenheit. Und dann nochmal das Nab-Talent, instabile Anomalie. Alternativ könnte man das sogar austauschen, weil wir haben ja schon einen Freitod durch das Set. Also wenn wir uns das Ganze jetzt mal in den 70er-Würfen anschauen, wie gesagt, die Paragon-Punkte und so weiter, sind natürlich noch weiterhin draußen. Spielerisch einfach in das Elite-Bag reinlaufen. Das ist ganz wichtig, denn es wird alles getötet, was hier im Explosionsradius von dieser Ketten-Explosion steht. Deswegen haben wir hier so eine Body-Pull-Skillung. Also wir laufen wirklich rein, so wie so ein Barbar zum Beispiel, oder so ein Kreuzritter in die Mobs rein und schießen dann einfach rum. Und die Explosionen, die Triggers dann eh von alleine. Dann sterben alle und dann können wir weiterlaufen. Also auch ohne Paragon-Punkte kommen wir hier auf eine gute Milliarde Zähigkeit, was natürlich mitunter auch an der Offhand liegt, die ja gecubed ist. Das Ganze gibt uns immer wieder ganz gute Zähigkeitswerte, vor allem wenn die Explosion eben mehrere Gegner trifft, dann rundet sich das wunderbar ab. Also wir können hier auch in den Explosionen der Kahn-Laser und so einfach stehen bleiben, was natürlich an dem hohen Zähigkeitswert liegt. Ja, somit bekommt der Zauberer eine doch wesentlich bessere Starter-Skillung als erwartet, muss ich sagen, weil das Ganze, wir haben es auch ein bisschen mit Paragon dann in dem Greater Worth getestet. Das funktioniert auch noch so auf 80, vielleicht 85. Danach ist dann einfach der Schaden der Explosion zu gering. Da müsst ihr dann auf Meteor umbauen, aber dadurch, dass der Zauberer in Season 13 ja auch in der Meta ist, die Meteor-Skillung dort benötigt wird und das Set auch gleich das Set ist, das ihr braucht, warum nicht? Also für die, ihr kriegt man okay, für alle, die den Zauberer direkt spielen möchten, alternativ könnte man vielleicht Monk nehmen und dann als Zweitklasse den Zauberer, aber es ist auf jeden Fall mal kein Fehler. Man hat zwar nicht die schnellste Klasse, aber dafür eine relativ stabile, was so von der Zähigkeit her und vom Farm her geht. Und das ist eben sehr, sehr einfach zu spielen. Eine Taste, immer bei den Gegnern stehen und das war es dann schon mehr oder weniger. Ihr seht schon, obwohl uns der Guardian immer wieder zurückkickt, wir bleiben einfach stehen, wir casten einfach durch und die Explosion tötet ihn dann nach einer gewissen Zeit. Ja Freunde, das war es schon. Das war jetzt, wie schon gesagt, der letzte Startup-Bild. Das sind alle Bilds wertig. Auf der linken Seite findet ihr andere Zauberer-Bilds. Wenn euch das nicht so zusagt, es gibt ja immer wieder ein paar Möglichkeiten, wie man so eine Klasse in der Season spielen könnte. Wie immer, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ab damit in den Kommentaren. Und ansonsten, wie immer, viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.